hallo und herzlich willkommen zurück hier zu stadio rally jetzt immer wieder und es geht wieder weiter wir gucken wie üblich erst mal in den fernseher ein wetter bricht willkommen bei kozoo jawohl wie wird denn das wetter morgen das ganzen tag regnen ja gut die gießkanne müssten auf gold verbessern so viel knete haben aber gerade gar nicht das ist das problem war sagen ja also stern total egal sind heute sehr glücklich sie werden der bestes geben jedem heute gutes glück zu bescheren gut und das leben vom land was gibt es denn hier es ist bombeerzeit die büsche des ganzen landes trotz nur so vor reifen früchten gehe einfach mal nach draußen und sie selbst nach so machen war sie mal ganz kurz gucken können wir eigentlich hier was köcheln gebackener fischweizen mit geht nicht omelette hier wollte kosmisches brötchen ne komisches brötchen jedes mal koschmisches laxmalzeit ach da brauchen am an den grünkot blöd haben wir nicht pfangenkuchen aber basteln gebrane pilze ja deswegen kochen ist so eine sache der shashmi kann man sehr schnell zusammen machen ja aber der rest ist alles ein bisschen spezial fischsuppe venusmuskel ach so und milch recht jetzt ja das kochen ist wirklich eine sache für sich hier sardinen ok gut weiter geht's auch schon wieder ein brief wer schickt mir denn hier ständig briefe also das zeugte würden windig hier ja die gießkerne haben wir schon erstmal gießen hier geht's weiter damals nur einmal und darunter das können wir dreimal gießen weiter bist was oh ja das ist unser problem wir haben da die nacht so ein bisschen durch gezächt jetzt haben wir hier ein bisschen ein kleines energieproblem da bist du halt selber schuld nach 3 ja weintraube ok alles können jetzt halt nicht gießen das haben wir ein bisschen kürzer treten grad aber die katze können wir knuddeln ja erst mal noch mal daneben gießen erst mal hier wieder alles durch knuddeln und großes ei jawohl endlich needs love allemal durch knuddeln ja wohl das ist ja hervorragend ist natürlich schon große eier ich habe gedacht die kriegt man so schwer ja 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 lauf mal ende ich setze mal hier auf alle was wir drauf hier dann haben wir es auch das wird auch bald reif sein hier hier ist nichts da gut wir sind noch nicht ganz fertig mit gießen aber es ist auch nichts reif na dann lesen wir uns ein brief hier hey ich habe dieses ding irgendwo in einem schrank gefunden dachte könntest was damit anfangen ja wieder so eine energie regel ja nee so eine energie tonicum kann es gerade richtig lesen was da steht weil jetzt hier meist anzeigt hat mich immer weiter runter dass er ja nicht meist anzeigen 200 gesundheit 500 energie ja gut unsere energie leistet nur 304 warte mal jetzt machen wir folgendes wir gehen jetzt mal in die therme gleich weil wir brauchen energie und das ist der schnellste weg um eine energie zu kommen außerhalb was zu essen aber jetzt habe ich gerade nichts zu füttern das ist mein problemchen vielleicht sehen wir ein paar bärenbüsche mit bombeeren oder was sie auch immer wollten ja hier sind keine das allein ist wieder mal ein ein katz ins bad hier rein die glütt amand kleiden bitte badehose an und rein die gute sache hier in die gute suppe schwupp ja mich wird es interessieren es gibt ja koop mod ob man dann zum beispiel männlich und weiblich spielen kann und dann kommt der andere praktisch heraus so wäre mal lustig 304 haben wir ja haben es halt ein bisschen warten aber man darf sich hier im bad nicht bewegen weil sonst regeneriert sich die energie nicht aber das ist eigentlich der schnellste weg oder naja schnellste ich nicht aber der günstigste weg energie nachzutanken einfach mal so und spart hat auch 24 stunden offen so zu sagen ja gutes spiel geht ja nur bis 2 uhr nachts und von sechster freeze bis 2 uhr nachts ja also so lange hat das bad eigentlich offen ich hatte 24 stunden offen man kann ja wie ich nicht um zwei jahre ein da gibt es auch ein motto für dass man diese beschränkung aufheben kann irgendwie aber wie die spielern damit zurechtkommen wenn der spieler nicht schlafen geht das weiß ich natürlich dann auch nicht ja soviel muss man dann auch nicht wieder riskieren müssen aber jetzt kann man ganz schnell ins gemeinschaftscenter vorbeigehen noch ja und die eier reinfügen daher die also ein ei ein großes ei das kriegt man nur ab einem bestimmten glücklichkeits vorrat der tiere jetzt weiß ich gleich habe ich das tor aufgemacht ich weiß es nicht mehr so wir haben wir gehen ja bald wieder zurück wo war das hier oben bindeltier großes ei hier hinten das ist ein großes ei ein gewöhnliches nähern ungewöhnlich großes braunen sei ok ja aber das ist sonst auch unterschiedlich also da gibt es großartig hier so jetzt brauchen wir hier noch zwei sachen und dann haben wir das auch so ich habe meine saat hier noch im register sehe ich gerade ja jetzt könnten wir ganz schnell mal kurz bei pierre vorbeischneiden und dann in die schmiede gucken kurz da hängt schon wieder ein zettel halt gebürzt hat keiner ok was damit die kunst nicht vergessen gerät ich zahle 120 an jeden angler der satelle viermal fängt viel glück willi willi du scherzkeks satellen vorhin habe ich sie noch gehabt hier und jetzt habe ich sie verkauft jetzt kommst du mit deinem auftrag hier ja da könnte ich doch schon wieder die wand hochlaufen so das geht gerade noch der elixit z eine cola hier haben wir eine muschel warte mal ja jetzt findet es aber doch schon ein bisschen ja ja ich habe vergessen was ich wollte ich wollte doch oben in shop rein da habe ich gleich bis einer rausgenommen weil ich keine köder mehr habe ist mist 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 ich habe keine köder mehr ich habe es übertrieben im angeln so ja jetzt muss hier müssen wir es aber so auch noch ja ok donker long donker long bonbon so das zahnrädchen kommt hierhin und die pupi kommt hierhin sonst haben wir nichts mehr keine belohnung schade marmelade buch 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 aber auch keins neues ok so jetzt gehen wir mal zum schmied haben wir gehen ja sowieso noch heim deswegen ist ja ja dann passt ja wieder dann können wir noch ein paar wiederholen servus jawohl du erhältst die stahlspitzhacke so ja was mal die gießkanne die die können wir dann in zahlung geben aber nicht jetzt nicht zu dieser zeit mag gleich robine der der klingt 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 ja der makrobine wird mal ich habe da gerade ein ruby 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 ja das genau das wonach gesucht habe sonst das geschäft läuft in der zeit etwas langsam du solltest deine werkzeuge besser nicht könnte das geld brauchen ja jeder will das beste dein geld mensch so jetzt wollte ich aber trotzdem noch einen shop da oben rein da kann wieder angeln nehmen wir haben keinen külter mehr nee ich will doch nicht laufen der mit angeln langweilen wir müssen mal kurz in pierre sein servus pierre was wollte ich jetzt einfach die ach ja genau ich wollte was verkaufen wenn es denn möglich wäre und zwar kann ich gleich verkaufen ach schade ich bräuchte doch noch ein bisschen geld mensch ja okay war wohl nix naja ich kann ja zum fischer gehen dann und kann mir da noch ein bisschen geld erschleichen so zu sagen köder braucht mal wieder jetzt ja gut jetzt können wir ja wieder wir haben wir die spitzsäcke wieder hat mal wir müssen ja mal ein bisschen um sortieren die spitzsäcke hier so ach dass wir so eine bäre da oben sieht man gar nicht aufgefallen ach ich bin anders herum gelaufen genau stimmt ja ja nicht was mir gleich weg bläst ja so wie es da windet so hier unten ist gegossen bis hier ja da ist auch zum teil gegossen dann hieß mir ja nur zum teil und hier noch mal die katze haben wir ja schon ja natürlich habe ich nicht aufgemacht so schwupp wollt ihr nicht raus doch jetzt ja sorry dass ich nicht gleich aufgemacht habe stein das brauchen wir nicht da haben wir noch ein paar köder so mayonaise patty mayonaise wie war das den seestern brauchen wir nicht die eier warte mal die eier na kommt die packen heute hier rein das wäre was für leer das holz habe ich ja gesagt die wildpflaume brauchen wir jetzt auch immer die brille kann hier rein die kann verarbeitet werden sonst noch was die sind gerade nach und wirken hier fackeln da haben wir ein paar fackeln mehr glaube ich das habe ich jetzt hier aus gold hätten war nämlich ich nehme alles gold mit und schau mal ob ich da dann die gieß kann verbessern könnte ja ich bin noch nicht so ganz hier noch nicht so ganz da wenn man so will jetzt gehen wir gleich mal hinten zum see ach das ja sie wieder ist er mit seinem schwein da auch wieder da der händler mit dem schwein da meine ich natürlich für die leute ist nicht wissen was ich meine so habe ich eigentlich gestern sozusagen hier das gerne ich glaube nicht haben wir vergessen naja gut ist egal muss man hat immer das kann man ja trotzdem jeden tag ernten die sind immer ein bisschen heftiger hier die hier 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 immer wieder hart holz knurz her was haben wir hier moment wie careful mit mir machen wir nicht aber was gut wo wo ist er denn hallo ich weiß dass er ist noch jemand da ja von den slimes kriegt wenigst mehr wie sie das leim bällchen hier pop sind es wieder zwölf hat holz tja jetzt hätte man natürlich wenn wir daran gedacht hätten mit dem viertel mag ja was mitnehmen können das haben wir natürlich wieder nicht naja da unten mehr die hütte so da sie macht ja seil ja heute nacht können wir es eventuell noch mal probieren mit dem angeln jetzt möchte aber kurz zu lehrer noch mal rein ich hoffe heute ist einmal da ja das sturm bläst leer nix leer hat was letztendlich hinten umgehangen ne ich was sie die irgendwie immer da lehrer okay so für lehrer habe ich nämlich treibholz dabei treibende solz so dass amaranth ist halt nur drei für euch tiere haben wir jetzt schon mal heute haben noch nicht gerüttelt hier ich mache ja auch die müller fuhr im dorf lehrer lehrer hallo ja wo bist du denn leer allein habe ich da schon ja wo sind die leer moment ich habe hier ausgehört lehrer bist du denn die war doch hier ist mit verarschen die war doch hier im grail fjahr jetzt ist die lehrer wieder weg ab da ist jetzt ja okay du entkommst mir nicht ganz einfach und er spielt wieder zum football hier oder gitterball wie es ist ja nennen ja so warte mal so lehrer 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 wo bist du denn schon wieder moment ja bitteschön ja ich weiß das ist manchmal immer komisch das ist ein wirklich nettes geschenk danke dir es gibt wirklich eine menge wildpflanzen in diesem gebiet wenn du weißt wo man suchen muss ich glaube ich höre ein specht ich kenne mir fast jeden tag einen frischen salat ja wenn dir schmeckt gerne so jetzt gehen wir noch kurz zu naja das bringt ja nichts wir haben ja kein geld kostet bestimmt wieder 10.000 mindestens oder noch mehr so wir müssen erst mal noch ein bisschen fisch sachen einsammeln so da sind wir die möben lasst mich mal schauen hier keine korallen heute zu windig oder wie misst nichts mehr einkommen dann holen wir uns hier mal den hummer raus oder was auch immer das ist ja und den rest hängen wir an die angel wieder das sind nur noch vier köhler das ist nicht viel club club servus mein lieber ein hummer und fluss krebse und strand schnecken 90 mensch ganz knapp hier und das blöde energie tonikum kann ich so nicht verkaufen das moment mal ich habe hier doch noch ach ich hätte hier noch was oder das ist doch ja mayonaise die hätte ich doch mensch ich bin sowas von schlau ja die hätte ich doch bei piers verkaufen können warum habe ich das net ich würde aber sehen in meiner schlüchtlichkeit tja so kann es einfach mal gehen außer wind heute keine musik naja da sie guckt sie wieder ihre kürbisse an vielleicht sind sie ja von ihr sowas ah erlert 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 wissen sie stellen ich weiß nicht so ich es probieren mal eben seestern zu schenken naja komm ist mir ja die maio ok hat nachkommen egal da kriegt man immer genug annie ich warte mal Entenfeder. Genau, Elliot wollte die Entenfeder. So war's. Jetzt sind wir in meinem Fuß eingeschlafen. Du hast Elliot... Ach, echt jetzt? Ach, nö. Ich habe denn schon so viele Geschenke gemacht. Wo ist denn der Elliot? Ah ja, okay. Alles klar. Dann hebt man die Feder halt auf. Den Zwerg müssen wir irgendwann beschenken, wenn wir wieder in die Mine gehen. Ja, hat man den Seestand kann ich ja nicht verschenken, ne? Nö. Aber den kann ich doch beim Schmied verschenken. Äh, verschenken. Quatsch, verkaufen. Hier wird nichts verschenkt. Oh, da sind solche Zappelfilipe hier. Ne, nicht mit der Angel. Was ist denn das? Ein rostiger Löffel? Hm. Ja, dann können wir dem Museum spenden. Ich weiß nicht, ob der schon drin ist, aber ja. Aber erstmal jetzt schnürstreichs nochmal zum Schmied. Servus, da bin ich nochmal. Äh, und zwar. Bitte laden. Bitte nix verkaufen. Naja, schade. Geht nicht. Ja, da kann ich Kohle für 150 kaufen, wenn ich denn, äh, grössers wäre. Warte mal, Werkzeuge, ne, geode aufbrechen. Wir haben noch ein paar geoden. Ah, für 15. Warte mal, äh, komm. Was ist denn das? Das ist Kupferz. Äh, das Ding haben wir schon. Versteiner Schleim. Kohle. Was ist denn das? Ein Kalzit. Und, äh, ja. Erz. So, Moment. Äh, ich komm gleich nochmal. Du hast ja noch bis 4 auf, oder so. Ich muss mal kurz da rein. Muss das abchecken, ob ich das schon da drin hab. So, servus. Es sieht nicht so aus, ja. Nee. Also gut, nichts spenden. Der Löffel, der ist auch schon drin. So, dann kann ich dir den Rest verkaufen. Laden. Einmalversteiner Schleim. Das behalte ich. Das Kalzit verkaufe ich. Das ist ja so, 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 so. Komisch ausgeblendet hier teilweise. So. Kohle. Okay, jetzt haben wir wieder Geld. Jetzt hat lebt. Komme ich eigentlich zur eigenen Sache, Werkzeug verbessern. Gold Gießkanne. Ja. Gold Spitzhacke. Ja. Gold Axt. Ja. Aber wir machen die Gießkanne. Danke. Ich fange damit an so bald wie möglich. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. So. Gut, weil morgen soll es ja regnen. Da müssen wir uns nicht weiter um unsere Sachen kümmern. Gut, irgendwann haben wir eh überall Sprinkler aufgebaut oder vielleicht mal nicht mehr. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Sagt der Franz. So. 23 Minuten haben wir schon aufgenommen. Okidoki. Was will ich denn noch machen? Genau. Ich gehe mal noch geschwind hier hinten rum wieder. Bei den Bischen. Die haben gesagt, es wäre Brombeerenzeit. Ich sehe aber gar keine hier. Nix. Oder nur woanders. Ja, ich gehe mit dem Wind. Also die Blätter fliegen ja immer nur nach links, ne? Oder fliegen die auch mal anders drum. Hm. Ach, servus Sammy. Da bist du ja mal wieder. So, ich gehe mal hier unten rum. Ein bisschen gucken, aber ich sehe hier keine Bären. Haben die gelogen hier oder kommt es erst morgen dann zu treffen? Hm. Wir werden sehen. So. Nö, nix an Bischen. Nö, überhaupt nicht. Ja, wisst ihr was? Wenn wir schon da sind. Oh, da ist ein Pilz. Da können wir ja dem Magier mal ein Geschenk vorbeibringen. So. Nö, da ist absolut nix an Bischen gewesen. Hm. Öd. Wirklich öd. Warte mal. Ah, ich muss dann nochmal zum, äh, Fischer dann. Wir haben ja noch ein paar Kröten. Also wirklich ein paar Kröten. So, wie schaut es aus? Haben wir wieder was Neues? Eine Entenmayonnaise. Eine dicke gelbe Mayonnaise. Das hört sich so irgendwie ein bisschen ekelhaft an. So, Entenmayo. Kupfererz. Äh. Das Kupferlagern wir mal in der Kiste, weil da drüben wird es verarbeitet. Schleim kommt woanders hin. Das kommt auch woanders hin. So, da und hier. Ja, viel ist es nett. Jetzt haben wir 13 Kühlchen. Und Stein. Ja, Ente. Lauf mal, lauf mal, lauf mal. Ja, Babock. Warte mal. Honig wollte ich noch ins Gemeinschaftszentrum reinbringen. Genau. Den Schleim hier rein. Den Stein woanders rein. Die Holzsache auch woanders rein. Ja, das lässt sich doch schon langsam ansehen hier. Die ganze Sache hier. Äh. Stein. Bock. Äh. Lalalala. Ich weiß, ich sag mal, äh. 500. Das brauche ich nämlich eigentlich nicht. Das Zeug. Den rostigen Löffel für 25 geben wir auch hier rein. Das getrocknete Seestern hier. Was ist denn jetzt los, ey? Das hat sich ja ein wenig gestörter Funk jetzt gerade hier. So, den Pilz habe ich natürlich hier nicht reingelegt. Ich, äh, Lustkerl hier. 70 Pilze haben wir schon. Das ist ganz gut. Die Herz, äh, Herzsaat, ja genau. Die Herbstsaat, die habe ich ewig in der Tasche. Äh, sonst habe ich eigentlich nichts mehr, ne? Ja, Cola. Der Rest heben wir auf. Jo. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, bleib mal hier im Bildschirm. Es ist schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Tut mir leid. Aber irgendwann muss man ja mal. Ich kann euch ja nicht zwei Stunden lang hier Stadio Valley bringen. Dann müsste man es eigentlich streamen. Wäre auch mal was, ne? Ja, aber ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar, ein Like oder sogar ein Abo hinterlassen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Es ist nicht so dahergesagt, auch wenn es sich alles so anhört. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss. 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 Vielen Dank.